Rob, seit Ihre Verlobte sie abserviert hat, fehlt es Ihrer Arbeit an Herz. Sie werden einen Artikel über jemanden schreiben, der Ihnen helfen kann. Céline Dion. Existiert in Ihrem Leben zurzeit jemand? Hat nicht funktioniert. Atmen wir durch. Bis ganz nach unten. Zu Ihren Hoden. Your life hits hard. Ich habe gesagt, dass ich gerade keine Dates will. Du hast deine beste Zeit, physisch. Du willst nicht mehr da raus, wenn du abbaust. Oh, sorry. Zur Liebe ist Mut nötig. Öffnen Sie sich dem Universum. Wie, Rob, was tust du da? Ich habe nur das Hemd meines toten Freundes an und schreibe an seine alte Nummer. Ich beginne jeden Tag mit Gedanken an dich. Seit ich meine Nummer geändert habe, schickt mir jemand Textnachrichten. Das klingt nach einer psychotischen Stalkerin. Die sind doch schön. Sie müssen der Sache nachgehen. Es ist zwei Jahre her. Es ist nichts Schlimmler, mal wieder auszugehen. Wieso hat nicht einer von denen ein Shirt an? Warte, wer heute Abend in diese furchtbare Hipsterbar geht. Geh rein und hol dir Vitamin-Sex. Bei dir klingt es, als hätte ich Vitamin-Mangel. Ja, du hast Vitamin-Sex-Mangel. Ich muss das Gesicht hinter diesen Nachrichten sehen. Mira? Hi. Hi. Noch eine Diät, Margarita. Mein Date ist wohl gerade aufs Klo gegangen, um Push-Ups zu machen. Das ist vermutlich sie. Ich schätze, ich habe Gefühle für jemanden, den ich nicht mal kenne. Sie finden nicht, dass es verrückt ist, sich auf diese Art zu verlieben? Es mag verrückt sein, aber die Liebe hält sich nicht immer an Regeln. Erinnerst du dich ans gelbe Kleid? Ich trage es heute in der Oper. Kenn ich dich? Ich bin nicht sicher. Das tut mir so leid. Was macht die Unbekannte aus den Textnachrichten? Sie ist nicht länger eine Unbekannte. Sag ihr, dass du ihre Nachrichten an ihren toten Freund kennst. Aber dann wird sie nie wieder mit mir reden. Das sind Dinge, die nicht einfach so passieren. Die Liebe hat einen Plan für jeden von uns. Hi, hier ist Celine Dion. Ja, klar. Und ich bin Mariah Carey. Love comes to those who believe it. And this is really me. Oh mein Gott, hi. Hi. And it's all coming back to me. Und ich bin Mariah Carey. 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 Und ich bin Mariah Carey.